10 erstaunliche Fakten über Thymian Thymian ist eine duftende, mehrjährige Pflanze aus der Familie der Lippenblütler. Es gibt über 300 verschiedene Arten von Thymian, von denen viele als Heilpflanzen verwendet werden. Thymian hat kleine duftende Blätter und blüht in zarten, rosa oder lila Blüten. Die Blätter und Blüten von Thymian werden oft als Gewürz in der mediterranen Küche verwendet. Thymian enthält ätherische Öle wie Thymol, die ihm seinen charakteristischen Geschmack und seine heilenden Eigenschaften verleihen. In der traditionellen Medizin wurde Thymian zur Linderung von Husten und Atemwegsbeschwerden eingesetzt. Thymian-Tee wird oft als Hausmittel bei Erkältungen und Halsschmerzen getrunken. Thymian wird auch in der Aromatherapie verwendet, um Stress zu reduzieren und Entspannung zu fördern. In einigen Kulturen galt Thymian als Symbol für Mut und Stärke. Thymian ist eine bienenfreundliche Pflanze und trägt zur Förderung der Biodiversität in Gärten bei.